Kommander Hier sind feinde wir müssen weitermachen und hallo leute Wir sind immer noch im russischen konsulat ja und hier vor dem server raum und dem server raum müssen wir den server raum sichern Ich hatte gedacht oben vielleicht irgendwie in geschütz hinzustellen im moment noch nicht Und ich sehe noch keine gegner okay ich hatte gerade nur gehört Ich auch Da sind sie ich sie ja Warte machen sie mal zu mir hier ja ich sehe sie ich sehe sie ich sehe sie sie Stellen geschützt auf dem server drauf ja warten sie Geschützt steht Auf dem moment auf dem server jetzt Oh scheiße ich weiß von einem kollektor spring doch weg Okay, einer ist weg Ja noch mehr Ja noch mehr Komm mal zu hier ja da oben ist ein geschützt von den anderen Mach da mal eben platz hier irgendwie irgendwas ist da oben noch ach da oben sind gegner okay Scheiße da oben sind gegner kannst du die snipern weil ich versuch's Guck mal ob ich da irgendwie ran komme Ja das könnte klappen Könnte klappen Komm runter Schmeißen rolli Rolli ist draußen neues geschützt wird auch positioniert Okay geschützt steht Ich mach's auch rolli Oha Das ist einer hinter uns ist einer Scheiße Ihre Shade Tech registriert viel Hardware Was wollen die Russen bloß mit so viel Rechenkapazität? Komm her zu mir Umständen spionieren Jetzt wird Chenenko die Prozessoren nutzen um analytische Modelle des Virus durchzuspielen Und die Computer sehen mitnehmen Vielleicht befindet sich seine Arbeit darauf Kommen sie her zu mir Ja ich bin hinter ihnen Okay also mit dem Snipern hat das nicht funktioniert Hi Hier ist ein Computer Ja ich probier Halt du mir den Rücken frei Bereit? Ja Achtung Zugriff auf Netz Zugriff erfolgt Ablink wird eingerichtet Wir ziehen uns seine Daten runter Was ist das Doktor? Komm mal hier oben hoch Oh Gott Vielleicht haben wir hier die Chance uns besser zu beteiligen Wenn ich hier rauskomme Dann werden wir sehen Warnung Gegenmaßnahmen entdeckt Beginne Warnung Netzwerkprivilegien entzogen Wir müssen wieder runter Was ist los? Agent die Übertragung stoppt Der brennt Der Brennt Ja Ah da kommt uns dick Sehr Das heißt irgendjemand in ihrer Nähe Nur diese Technik Das macht ihn zu unseren neuen Ziel Die sind hier unten ne Holen Sie diese Technologie zurück Und hier oben auch Oh Oh ist ein Dicker Scheiß Ohbem ist ein Dicker Mach einen Geschütz irgendwo hin. Oh, mach. Scheiße. Mach den Weg. Okay. Ich versuch den einen Weg zu snipern hier. Kannst du den Weg machen? Danke. Scheiße, ey. Mach weiter dort, weiter dort. Hattet sie auf. Der braucht nicht lange, der ist gleich weg. Nee, wo ist der denn? Unten liegt. Ich träff den nicht. Ja, aber der ist ja echt ein fiese Kerl. Okay. Das ist der Heiler, der muss weg. Wo ist der Heiler? Da oben. Lock den raus. Hör mal auf zu schießen. Ja, da kannst du nur mit einer Granate rauslocken, aber ich kann da nicht hin. Ich treffe den nicht. Da ist er. Mann. Der ist zu kurz. Schmeiß den Rolli. Ja, da komme ich nicht ran. Jetzt bewegt er sich, der Arschloch. Schmeiß den Rolli. Ja, pass auf, dass der nicht heilt. Der braucht nicht mehr lange. Der braucht nicht mehr lange, Miri. Ja. Pass auf, dass der keinen wiederbelebt. Das ist das Schlimme. Der ist down. Jawohl. Ah, scheiße, ich stehe unter Schock. Ja, und ich liege. Mach mal Tee, bitte. Hab ich. Ja, super, danke. Ich war unter Schock. Ja, ich war auch unter Schock. Irgendeiner schieß da unter Schock. Nee, der lebt noch. Der hat die alle wiederbelebt, Mann. Ah, fuck. Den müssen wir zuerst holen. Ich treff den. Der kommt zu dir hoch. Okay, ich hau ab hier. Oh, das kann nicht sein, Mann. Er ist noch ein Heiler. Das ist der wieder unten. Ich treff den so nicht. Jetzt down. Jawohl. Okay, das war's. Sicherheitsdürfen. Warten Sie, ich mach das Geschütz weg. Oh, ich hab auch nicht hier runter. Jawohl. Heidenay, ganz schön heftig, ey. Aber es wird noch nicht der Endkampf sein. Wir haben keine Neustartzone. Noch nicht angegeben. Äh, das stimmt nicht. Ich öffne die Tür. Jawohl. Da wird noch ein Superjosh. Kannst du mal glauben. Ich gucke mich um. Lecke mich am Arsch, Leute. Hier ist Moni. Jawohl, das ist nicht gut. Okay, jetzt geht's weiter. Weiter. Okay, also der Sniper ist im Moment die Knarre, die am meisten gebraucht wird. Hier ist ein Rechner. Ich passe sie auf. Ich mach mal. Ja, ja. Analysiere Sicherheitssystem. System analysiert. Die kommen gleich garantiert hier rein. Sicherheitsprotokolle deaktiviert. Sicherheitstüren geöffnet. Okay, wir müssen hier weiter. Aber langsam vorruhen. Ja, ich gehe. Ja. Sicher. Ich rufe vor. Sicher. Jawohl. Ach du Scheiße. Sicher. Da ist eine Tür rechts. Ich rufe bis zur nächsten Ecke. Ah, ich würde erst mal gucken. Da ist noch eine Tür rechts. Ja, da gehe ich eben hin. Ja, ich halte ihn die andere Seite frei. Okay. Höre was. Kommen sie hier rein? Vielleicht ist hier was drin, was wir brauchen können? Hi. Vielleicht irgendwo hinter der Theke hier oder was? Ja. Erst mal was saufen. Ja, Prost. Ich hab's geahnt, ey. Ich hab's geahnt! Höre wen. Ja. Ich, ja. Ja, haben sie mich. Olli! Olli und Geschütz kommt da auf sofort. Das ist ein dicker, oder? Okay, die beiden sind down. Aber unter uns sind noch welche. Ja, weder unter uns oder hinter uns. Ne, unter uns. Oder? Langsam. Lauf doch nicht immer so schnell vor, Miri. Ich wollte die Kuh rauslocken, weißt du sie? Was ist mein Geschütz? Es geht hoch. Warten Sie, bis das Geschütz wieder aktiv wird. Ja. Sonst. So. Rollminis. Ich muss einmal warten, bis das Geschütz aktiv ist und der Tee wieder. So ein Tee benutzen können. Ja, der Tee ist auch gleich. Rollminis da, Geschütz ist da und das Tee dauert. Bei mir noch nicht. Geschütz wartet. Geschütz ist da. Ja, der Tee ist noch nicht. Das dauert aber länger. Das ist ein längerer Ball. Okay, müssen wir... Scheiße, ich habe noch nicht mal... Ich habe keine Päckchen mehr. Warte mal, lass mich mal gucken. Du kannst doch umändern, hast du gesagt, ne? Was denn? Die Gemine, ja. Ist egal. Aber nicht, wenn jetzt in der Resportzeit ist. Jawoll. Rechts oder links? Gehen Sie rechts? Ich gehe links oder umgekehrt? Ich gehe links rum. Ah, scheiße, gehe ich da. Was die nicht immer sehen, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Stell mir Schütz. Ich habe das Geschütz. Ja, mach mal. Schmeiß eine Rolli. Ja, ich habe das Geschütz. Oh, scheiße, der schweißt Kananen, ey. Arschloch. Rolli! Jawoll. Da kommt noch einer rein, hier. Scheiße. Du meinst, Rolli? Ich habe kein Medikid mehr. Aber ich bin noch am Leben. Ich muss nur ein bisschen aufpassen jetzt gerade. Bringen wir die Scheiße zu Ende. Ja, da hast recht. Besser wert. Ja, weil sie mal, ich muss mich erst wieder stehen. Ich habe einen Medikid. Ich stehe balisieren, ja. Ich verstehe sie. Was ist das denn hier? Warte, ja. Das ist wohl nicht hier. Bist du schon wieder vorgelaufen? Nein, ich bin nur hier in mir zwischen. Nein, 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 nein. Du bist nur in dem Raum, wo ich nicht bin. Ich gehe mal in der... Weil ich brauche einen Muni-Mun. Wieso eigentlich? Wie viel Munen verbann hast du denn? Ich habe ein Maschinengewehr. Ach so. Wo war denn der Muni-Mun? Hä? Was ist denn die ganze Mun? Hä? Kann doch nicht sein. Da muss doch... Da vorne muss doch Munen gewesen sein. Ach, wir warten auf die Miri. Ja, entschuldigen Sie bitte. Die rennt da wieder in die Gegend rum. Ja, ich finde dann die Munkiste im Moment noch nicht so wirklich. Ich komme runter. Da muss ja auch eine Munkiste irgendwo gleich sein. Lad mal nach. Bin da. Das ist schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Entschuldigen Sie bitte, Agent. Das ist nicht schön. Ich habe eine SASG. So. Langsam weiter. Ah, da ist eine Munkiste. Warte mal, hier geht es doch nach oben, ne? Ja. Warte mal nach oben gucken. Sind wir da nicht hergekommen? Er kann eine LMB-Funkspruch. Coyote One, hier Hornet, kommen. Hornet, hier Coyote One, ich höre. Der Alarm am Hauptrechner wurde ausgelöst. Ich bin unterwegs. Unnötig, Sir. Der Ivan sitzt in einem gesicherten Raum, aber er hält nicht mehr lange durch. Der Ivan? Oh, warte, ist das dumme Gefühle mal die Bannern uns da hoch. Ja, Hornet ist ne, ist, 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 ne, äh, ein Jagdflugzeug. Okay. Wolltest du die Knarre haben? Was denn? Ich habe auch eine gekriegt. Eine ACR? Wow, was habe ich denn hier? Ich habe eine SoCum MK20 mit 40.000 Schaden. Na, guck mal. Ja, die setze ich doch für die G3 ein. Das ist aber mal ein ordentliches, ne? Ja. Muss mal gucken, was ich hier noch habe, zur Verfügung. So, jetzt muss ich mal gucken. 40.000 Schaden? Das würde ich sagen, ist ordentlich. Wo kann denn der Elektronik-Mod drauf? Ich entferne mal eben die Mods und nehme mal die 40.000. Das ist zwar ein Einzelschuss, aber ist egal. Mal kurz gucken, ne? Mir ist so egal. Unterlauf. Oh, Alter, was ist das für ein Gewehr, ey? Juhu, okay. Ey, warte mal. Ach. Ist ja jetzt... 40.000 Schaden, ja. Das ist ja übel. Okay. Sogar... Ja. Wir können theoretisch. Wo kann der Elektronik-Mod drauf? Normalerweise auch auf deine Klamotten, auf irgendwas. Das funktioniert nicht, weil ich habe da wohl einen Mod drin. Ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal so gucke... Ähm, ich verstehe das nicht, warum ich den nicht nutzen kann. Ich habe einen hochentwipfelten Waffen-Mod, den habe ich auf die Rüstung. Ne? Ja. Und ich habe noch einen Elektronik-Mod. Und einen Leistungs-Mod. Aber der ist Stufe 18, der Leistungs-Mod. Okay. Und der andere ist 27. Ich möchte gerne den haben, aber den nimmt der nicht. Du musst einen anderen rausnehmen. Ja, habe ich ja gemacht. Okay. Ich habe den Stufe 18 weggenommen. So, und jetzt klicke ich den anderen an und den nimmt er nicht. Schlecht. Ja. Der nimmt nur einen 27er-Mod. Okay. Scheiße. Soll ich mal vorrücken erst mal? Ja, ich muss erst mal gucken, was ich hier machen kann. Ich kann hier gar nichts machen. Scheißdreck, ey. So ein Dreck, ne? Nicht aufregen, Agent. Wir müssen jetzt die Ivans wegmachen hier. Der hat sich verschanzt, hat er. Leute! So ein Dreck. Verschanzt hat er sich. Schönen Sie sich mal auf. Oh, warte mal, da liegt noch was grünes. Ach, da ist ein Scharfschützengewehr mit 40.000 Schaden. Ja, geil. Hier liegt noch was grünes. Ein Kompositpanzer. Okay. Stufe 27. Jetzt hab ich den natürlich schon umge... Aber wir müssen jetzt mal da gucken. Jetzt kommt hier los. Ja. Wir müssen jetzt da lang. Ach. Waffenkiste? Ja, hab ich schon. Ist voll. Und los geht's. Weiter geht's. Mach doch die Lampe nicht kaputt. Okay. Siehst du den Ivan schon? Ich seh gar nichts. Oh, Leute. Das ist ein geschnörkeltes Ordentlichen hier. Leck mich doch am Arsch. Sauber. Oh, Mann. Wo geht das denn hier lang, ey? Okay. Weiter. Es geht runter. Ja. Ich rück vor. Jawohl. Ich rück vor was. Das stimmt. Schutzraum. Nächster Schutzraum. Ich hör den Quatschen. Aber ich weiß nicht, ob wir da nicht noch die Leute mal eben kurz aufwirfen. Oh, je, ich seh schon, wie hier laufen. Ja, wir müssen da durch jetzt. Don, wir machen ein bisschen länger. Wir machen die jetzt Platz. Jetzt ist es zu ruhig. Das gefällt mir nicht. Okay. Gehst du runter? Äh, Moment, bitte. Ich muss noch ein bisschen durchatmen. Ja. Bei mir ist alles voll. Okay, bereit? Oder wolltest du noch einen Cut machen? Ich weiß nicht. Leute, was meint ihr? Oh, ja. Wenn wir jetzt die Treppe runtergehen, dann sehen die uns. Komm runter. Los, go. Go, go, go. Scheiße. Ach, du Scheiße. Wie viel sind denn da? Ach, du Scheiße. Ein Geschütz können wir hier hinstellen. Ja, das kriegst du aber nicht so schnell weg. Hier oben. Wir müssen erstmal probieren, dass wir den hier oben wegkriegen. Der verlinkt es auch einer. Die sind oben auf der ganzen Barrikade auf der linken Seite. Pass auf, ich versuch mal, den wegzusnipern. Mit einem Schuss im Kopf. Okay. Einer ist weg. Die kommen jetzt hierhin. Die schützt hier vorne. Und eine Rolli werfe ich auf. Mann, warum bewegt der sich den? Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. Die kommen? Ja. Weil die Schütze ist ja nur im Einsatz. Nein, mein Gefallen. Nein, mein Gefallen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein du denn da weiß immer noch keine neue station also wirklich normal das heißt der kommt wahrscheinlich im schutzraum und leute wie das hier weiter geht das ist mein höchster teil also macht's gut bis dann ciao